Ich bin Silan Bruni. Ich komme von Novel. Ich arbeite bei Ernst Keller Fahrzeugbau AG Züttendorf. Ich heiße Noah Maia. Ich arbeite bei BW Utilita. Es ist natürlich, dass ich die Regionalmeisterschaft gehen darf. Dort belegt ich mich dann für die Schweizer Meisterschaft qualifizieren. Das ist natürlich Motivation genug. Ich sehe, bis ich in das Geschäft zu gehen kann. Und dann zu den anderen. Vielseitigkeit am Tag. Jedes Fahrzeug ist anders. Man muss immer wieder neu überlegen. Wie will man es machen? Wie wird es gemacht? Vielseitigkeit. Das ist schon sehr interessant. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Denn in Romandia sind wir schon wenig. Ich bin fast schon ein bisschen. Ich bin nicht der meisten der besten. Ich bin ein bisschen ein Meister. Mit dem ich mehr als ein Teil am Tag? Ich bin ein bisschen weitergelegt. Ich bin ein Kind. Ich bin ein bisschen am Tag. Ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein Kind. Vielen Dank.